Zugeschaltet ist mir jetzt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Willkommen, guten Tag bei Welt, Herr Ramelow. Was ist eine Bund-Länder-Einigung wert, wenn Stunden später einige Bundesländer sagen, wir machen es doch ein bisschen anders? Es ist ja mysteriös. Ha? Nein, die Wurscht, die Wurscht, die Wurscht. Na voll, na geht doch. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für das Gespräch, Herr Ramelow. Befrei die Tiere. Wo haben wir denn jetzt hier? Tiere oder mehr, ja. Willst du nicht? Vielleicht mal probieren? Macht er auch. Na voll, na geht doch.